Blume leuchtend schön Blume leuchtend schön Kann so mächtig sein Dreh die Zeit zurück Gib mir was ein, zwei, mein Blume leuchtend schön Lass mich nicht allein Halt das Schicksal auf Gib mir was ein, zwei, mein Was ein, zwei, mein Ich ging gerade berufend aus und es hat Spaß gemacht. Ich wünsche es hat auch euch Spaß gemacht. Und dass ich das auch noch in die Kommentare lesen kann. Und vielen Dank. Tschüss. Ja, das war mal wieder eine schöne Versuchung. Und ja, meine Stimme ist jetzt nicht das Perfekteste. Aber man kann es vielleicht ein bisschen ändern. Blume leuchtend. Okay, ich höre lieber auf. Ich habe ein kleines Ohrwurm. Habe es dreimal durchgespielt, bis ich ein bisschen die Stimme dazu habe. Und den Text ein bisschen mehr konnte. Nicht, dass ich da ein bisschen stöttere. Für euch. Nur für euch. Ich bin der Beste. Ich weiß. Nennt mich ruhig. Der King. Seht ihr hier auch. Naja. Ach, ich hoffe es hat euch echt Spaß gemacht. Denn sowas mache ich gerne. Auch wenn ich nicht singen kann. Ich kann wirklich überhaupt nicht singen. Und, naja. Schreibt es trotzdem in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Wenn ihr mitlachen konntet. Wenn ihr überhaupt lachen konntet. Keine Ahnung, ob ihr es mit sich fandet oder nicht. Ihr wisst ja, ich möchte es gerne in die Kommentare lesen. Likes braucht ihr nicht. Ihr könnt auch ruhig dislikes geben, wenn es euch nicht gefällt. Aber bei einem habe ich letztens gesehen. Der hat einfach gedislytet. Nach einer Sekunde, dass ich es hochgelandet habe. Also hat er es nicht ganz gesehen. Also. Erst bitte zu Ende gucken. Immer zu Ende gucken. Bevor ihr dann den Dislike-Button drückt. Weil vielleicht gefällt es euch doch. Nicht einfach Dislike drücken, weil ihr mich nicht mögt. Vielleicht mögt ihr dieses Video. Aber mich nicht. Nein, ist okay. Ich habe ja nichts dagegen. Naja. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, hätte ich es gerne in die Kommentare gelesen. Ich lese sowas gerne, wenn es euch wirklich gefallen hat und so. Naja. Ich sage es gerade tausendmal. Ich könnte es nochmal sagen. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Okay. Okay. Tim, wir haben es verstanden. Okay. Habt ihr es wirklich verstanden? Oder soll ich es nochmal sagen? Ich habe es verstanden. Okay, Tim. Sprech mit mir selbst. Ist das nicht cool? Ja, wie ihr seht, 1.13 Uhr. Es ist super cool. Naja. Ja, YouTuber bleiben extra für ihre Fans wach. Ich habe keine Fans. Vielleicht habe ich einen Fanclub. Und es heißt... Nein, ich habe keine Fanclub. Naja. Ich labere hier euch gerade zu. Aber es macht auch viel Spaß, mit euch auch noch zu reden oder so. Ich habe extra so einen kurzen Lied ausgesucht, dass ich eher mit euch reden kann und so. Also, es ist halt letzter Zeit so, dass ich nicht... Also, einen Monat hatte ich wieder nichts hochgeladen. Das ist halt so, dass ich einfach nur ausprobieren wollte. Halt ein Handy mäßig. Ihr seht, an meinem Handy ist vieles verändert worden. Ich habe versucht, auch andere YouTuber vielleicht eventuell mit ins Boot zu nehmen. Vieles hat aber nicht funktioniert. Aber... Auch an euch seid ihr kleine YouTuber und seid am meisten am Handy und könnt sowas auch machen. Apps. Hier sind größte Apps, die ich brauche, um Fotos und und etc. alles herzustellen. Am meisten mit meinem Video schneiden und so. Also, macht's... Ladet runter, ist mir egal. Am meisten hier recordable. Das ist das, wo ihr den Wasserzeichen da unten seht. Es macht Spaß, einfach aufzunehmen und einfach drauf zuzuquatschen. Mit euch zu reden, das macht echt Spaß. Halt die, die es auch sehen. Nicht, dass ich gegen eine Wand rede. Also, halt gegen nichts. Naja. Also, es macht wirklich Spaß. Und ich wünsche euch auch beim Videogucken echt viel Spaß. Ich mache eventuell die nächsten Tage noch mehr. Schreibt mir in die Kommentare, was für Lieder ihr am meisten hören wollt von mir. Umso beschissener, umso besser. Aber, wie gesagt, ich kann halt nicht eigene Lieder so solo machen. Ich muss mit jemandem singen. Das bedeutet, schreibt ihr zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Julien Bam oder so. Diese Lieder gibt's da am meisten gar nicht. Es gibt's da ein paar Lieder, aber die kann man halt nicht mitsingen oder so. Und, wie gesagt, ich bräuchte, wenn denn Event, müsste es kaufen. Und, darauf habe ich echt gerade keinen Bock. Und das Geld, diese 4 Euro, werde ich auch nicht gerade investieren. Vielleicht ist es doch noch schlecht. Und das ist nur in einem Monat. Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich vieles vorproduzieren. Und dann kann ich das tappenweise hochladen, als wäre das mehr als nur ein Monat. Naja. Also, mir hat's Spaß gemacht. Und ich labere sicherlich schon 10 Minuten, keine Ahnung. Ja, bei dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, das mit Fosen, wurde es sogar, äh, wegen halt dieses Song, halt wurde, äh, Dings gesperrt für Geld oder so. Ist mir scheißegal. Punkt, bekomme ja eh kein Geld. Noch habe ich nicht das alles erreicht. Und ich will eigentlich auch kein Geld groß von YouTube. Ich lasse dieses Video immer noch drinnen, weil es total lustig war. Und es mir auch richtig, richtig Spaß gemacht hat. Und dieses hat auch mir richtig Spaß gemacht. Es macht mir alles richtig Spaß hier gerade. Und ich würde mich auch sowas von freuen, wenn es euch auch Spaß macht. Naja. Bewertet das Video, wenn ihr wollt. Aber am meisten schreibt mir Kommentare. Ich liebe sowas. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt nochmal so richtig. Einen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend. Und ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Ihr seid bei Baumaster.tk mit den schlechten Qualität. Hatte ich am Anfang nicht gesagt. Naja, gut. Ciao, Leute.